Michelle, steht sie bald neben Florian Silbereisen auf dem Traumschiff? Traumschiff-Fans fiebern im 24. November entgehen, denn da wird es endlich eine neue Folge des ZDF-Klassikers ausgestrahlt. Dieses Mal verschlägt es Florian Silbereisen und sein Team nach Argentinien. Die Spannung steigt, wer wird neben den Hauptdarstellern und den bereits veröffentlichten Gaststars noch dabei sein? Immer wieder werden auch Schlagerstars gefragt, ob sie nicht mal Lust haben, beim Traumschiff neben Florian Silbereisen mitzuspielen. Klar, denn viele kennen die Florie aus seinen Festeschoß. Da liegt es nah, dass der eine oder andere Schlagerstar auch mal an Bord geht. Michelle auf dem Traumschiff? Schlagerstar Michelle und Florian Silbereisen verbindet seit Jahren schon eine enge Freundschaft. Das betonen beiden immer wieder an Interviews. Sie wäre also eine perfekte Gastbesetzung für die neuen Traumschiff-Folgen. Doch leider erteile Michelle ihrem Kumpel eine eiskalte Abfuhr. Im Interview mit der LW1.de erklärt Michelle, als Schauspielerin, Ich glaube, ich habe zu viele Ecken und Kanten für das Traumschiff. Dabei wäre es doch die perfekte Gelegenheit, sich von seinen Fans zu verabschieden, bevor Michelle dann in den Schlagerruhestand geht. Michelle schauspielert nicht In der Tat hat man Michelle noch nie als Schauspielerin im Fernsehen gesehen. Während ihre Kolleginnen wie Helene Fischer, Beatrice Egli oder auch Vanessa May die TV-Branchenluft bereits geschnuppelt haben, werden wir offenbar bei Michelle lange darauf warten können. Nun geht sie 2026 aber erstmal auf Abschiedstour und wer weiß, Vielleicht lässt sie sich nach den ersten Traumschiff-Folgen von ihrem Kumpel Florian Silbereisen ja doch noch zu einer Gastrolle überreden.